Willkommen in Berlin. Gleich drei Konzerte geben sie in der Stadt. Morris, Barry und Robin, die Brothers, Skip oder besser die Bee Gees. Und immer auf den Spuren der drei Weltstars die ganz, ganz treuen Fans quasi mit auf Tournee. Frankfurt, Köln, Kiel, so 200 Fotos, 5 Millionen zusammengekommen. Und wie viele Autogramme, immer das gleiche? Na, sie unterschreiben jedes Mal anders, kommt auch an wie die Laune. Aber sie sammeln immer wieder? Immer wieder. Wie viele Unterschriften haben sie denn schon von den Bee Gees? Zählen wir nicht mehr. Für ihre Konzerte am 4., 5. und 7. Juni in Berlin haben sich die Bee Gees eine der schönsten Freilichtbühnen Europas ausgesucht. Die Waldbühne. Alle drei Konzerte sind restlos ausverkauft. Die Wendy und hoppen sie in Berlin. Okay, then I'll leave it for about ten minutes. Showtime! Showtime! Für Kameras sonst absolutes Tabu, die letzten Minuten vor dem Auftritt. Dieser Tunnel führt zur Bühne und am Ende warten 20.000 Fans. Smile, you're on TV. Das haben sie immer drauf, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Die Gebrüder gibt absolute Vollprofis. Seit 25 Jahren sind sie im Geschäft und da ist es auch noch Sekunden vor dem Auftritt drin, ein paar Faxen zu machen. Aber dann müssen sie raus. So, go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 1, 2, 3 Morris liebt Illusionen. Im einzigen Kinderstar steckt eben noch ein Kind. Hier in die Garderobe der Bee Gees kommen sonst nur die engsten Betreuer, die Freunde und die Familie. Um sich auch unterwegs etwas zu Hause zu fühlen, nehmen die Gebrüder diese Einrichtung überall mit hin. Morris, der verspielte Typ, hat großen Spaß an der deutschen Toilettenspülung. Für Eddie, das Mädchen für alles, sind die Bee Gees, eine Art zweite Familie. In diesem Koffer landen die Teddies und die vielen blühenden Liebesbriefe. Hier liegen auch die begehrten Autogrammkarten. Humor haben Morris und Robin, vielleicht weil sie Zwillinge sind und doch so unterschiedliche. Robin, der zarte Zurückhaltende, lebt makrobiotisch. Morris, der Entertainer und Spaßvogel dagegen, steht eher auf Postmannskosten. Übrigens, ihren Koch nehmen die Bee Gees überall mit hin. Und bei Johns Eiscreme wird auch Robin schwach. Goodbye, makrobiotische Diät. Und explore the avenues of junk. After I meet this breathing, I'm out of. Yeah. Thank you very much. And my nights all went down in Massachusetts. The day I left her standing on the road. In Massachusetts. I'm trying to hitch a ride to San Francisco. Trying to hitch a ride to San Francisco. You gotta do the things I wanna do. And the lights all went down in Massachusetts They brought me back to see my way with you And the lights all went down in Massachusetts And the lights all went down in Massachusetts In Massachusetts There's one place I have seen I can't see There's one place I have seen We'll be in Massachusetts I will 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 be in Massachusetts Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Man muss eben nur ein BG sein und schon fliegt die Royal Air Force eben mal eine Ehrenrunde über Potsdam und Berlin und die Radioleute vom britischen Soldatensender BFPS fanden gleich ein Interview mit Morris live aus dem Helikopter in den Äther Hold On Hold On Hold On One more hour and my life will be through Hold On I told him I'm in no hurry But if I broke her heart Won't you tell the loss And for once in my life I'm unknown Then I gotta let her know Just in time before I go I just gotta get a message to you Hold On Hold On One more hour and my life will be through Hold On Hold On Hold On Hold On When you are blind When you are blind Miss breakin' up Miss breakin' up Soon Baby, baby, baby Baby, baby She's got her eyes Maybe little Unless man try Me Be upset Baby, baby Hey, happy Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und jetzt raus zur Zugabe, aber halt, Barry steckt noch im Ärmel, er will seinen Berliner Fans natürlich sein neues Deutschland-Kee-Shirt vorführen. Also dann, the show must go on, you should be dancing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020